Die Evangelische Kirche müsse sich einer so wörtlich tiefgreifenden Aufgabenkritik unterziehen. Das sagte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, in seinem Bericht vor der noch bis Freitag in Düsseldorf tagenden Synode der Landeskirche. Infolge zunehmender Austrittszahlen brauche die Kirche anpassbare Strukturen, so Latzel. Zudem müsse sie sich fragen, wie sie unter grundlegend anderen Bedingungen eine Kirche für die Menschen sein könne. Dazu gehörten etwa Möglichkeiten, sich zeitlich oder thematisch begrenzt in den Gemeinden zu engagieren. Ferner sei es bei Gottesdiensten sinnvoll, zwischen kleineren geistlichen Formaten und gottesdienstlichen Feiern für ein größeres Publikum zu unterscheiden. Weiter wies der Präses darauf hin, dass für die Kirche nicht an erster Stelle stehe, was sonntags passiere. Wichtiger sei der alltägliche Gottesdienst im Leben jedes einzelnen Gläubigen. Die Nicaraguanische Regierung hat die Freilassung von zwei Bischöfen, 15 Priestern und zwei Seminaristen verkündet. Das berichtet die christliche Menschenrechtsorganisation ADF International. Unter den Freigelassenen befindet sich auch Bischof Rolando Alvarez. Der katholische Geistliche war zu 26 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er Menschenrechtsverletzungen der nicaraguanischen Regierung in Predigten kritisiert hatte. Idea ernannte ihn zum Gefangenen des Jahres 2023, weil er sich seit Jahren unerschrocken für Menschenrechte und Religionsfreiheit einsetze. Der Dokumentarfilm über das Leben und Sterben des verstorbenen YouTubers und überzeugten Christen Philipp Mickenbecker ist nun auch auf Netflix abrufbar. Die Filmemacher Alexander Zerer und Lukas Augustin hatten Mickenbecker die letzten vier Monate seines Lebens im Sommer 2021 begleitet. Mickenbecker starb mit nur 23 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Im Herbst vergangenen Jahres war die Filmdoku in Berlin zum ersten Mal gezeigt worden. Anfänglich sei es schwierig gewesen, einen Kinoverleiher für einen Dokumentarfilm zu gewinnen, der sich mit Tabuthemen wie Tod und Glaube beschäftigte. Erklärte Lukas Augustin. Jedoch hätten aufgrund der positiven Resonanz von Woche zu Woche immer mehr Kinos den Film in ihr Programm aufgenommen. Bislang sind nach Angaben der Filmemacher 130.000 Kinokarten verkauft worden. Soweit die Idea TV Nachrichten. Idea wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald. Soweit die Idea TV Nachrichten.